Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben, mein Name ist Guy aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute die fünfte Folge, glaube ich, hintereinander über Terra Luna. Ja, das ist einfach so viel passiert in den letzten Tagen. Legen wir los. Ja, ihr seht schon an der Grafik hier, sieht nicht schön aus. Und für alle, die sich jetzt nicht mehr die nächsten 15 Minuten antun wollen, lasst schon mal Like da oder Dislike, wie ihr wollt. Und Fazit ist von dem Ganzen, oder meine persönliche Einschätzung, das ist vorbei. Ende aus Feierabend mit Terra Luna. Und was jetzt noch alles passiert ist heute im Laufe des Tages, seit dem Video heute Morgen und auch meine persönliche Folge, was ich da rausgezogen habe an Erkenntnissen und so weiter, das kommt jetzt in diese Folge. Ihr seht, die Liquidität, die da abgeflossen ist, dieser Balken, der ist so extrem, das ist mehr als die letzten Wochen, alle zusammen. Und daran erkennt man auch einfach, wie viel Kapital insgesamt abgeflossen ist, aus dem System mit Verlust. Ich habe das selbst probiert vorhin. Ihr seht hier an meiner Position, ich hatte etwa noch die gleiche Position als B Luna Luna gehabt im System, etwa auch in der gleichen Größe. Und die habe ich versucht aufzulösen, das geht gar nicht. Und diese Position hier, die jetzt aktuell angeblich 1.200 wert ist, die war vor einer Woche, gut eine Woche, anderthalb Wochen, zehn Tage, sag ich mal, irgendwo 30.000, 35.000 in dem Bereich gewesen. Und da könnt ihr euch selbst ausrechnen, wie viel ich da insgesamt bei Luna, also aus dem Terra-System verloren habe. Also was definitiv nicht klein ist. Und was ist praktisch der Folgeschluss daraus? Man sollte sich versuchen, an die Pläne zu halten. Man macht die Pläne normalerweise in einer ruhigen Phase, so ist es bei mir, die ich damals geschmiedet habe, diese regelmäßigen monatlichen Updates zum Yield Farming. Und mein Fehler war an der Stelle einfach, dass ich mich nicht an meinen eigenen Plan gehalten habe. Wenn ihr euch das letzte Video zum Yield Farming Update euch anguckt, am 4.4. habe ich das gemacht, da habe ich gesagt, ich will, mein Ziel ist, die Luna-Position auf unter 10% zu bringen. Und damit habe ich auch angefangen gehabt. Brockenweise habe ich auch bei uns im Discord, das ist der Platz, wo ich meine aktuellsten Bewegungen poste und was ich Neues gefunden habe, bei News und so weiter. Link zum Discord und zum Twitter ist ganz wichtig. Das findet ihr unter jedem Video von mir. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt wieder ein Stück Luna abverkauft, wieder ein Stück Luna abverkauft und so weiter. Aber war ich wohl nicht schnell genug. Und das Ganze, dieser ganze Schaden, der da zustande gekommen ist, frisst halt ein ganzes Stück vom Portfolio weg. Ist nicht ganz 20%, aber es tut schon weh an der Stelle. Aber so ist das, wenn man sich nicht schafft, an seinen eigenen Plänen zu halten, weil man zu gierig ist oder zu sehr daran gewohnt ist, an gratis Geld oder freies Geld. Da kann ich nur tatsächlich von Glück sprechen noch, dass ich rechtzeitig aus Anchor raus bin, zwar mit gewissem Verlust, aber trotzdem raus. Und egal, wie man das schön reden kann. Also ich kann es definitiv niemandem empfehlen, jetzt da Arbitrage zu versuchen, für zwei Dollar irgendwie Luna zu kaufen und dann bei drei oder vier Dollar wieder versuchen zu verkaufen. Weil das bewegt sich einfach so sporadisch, ohne dass man vorhersagen kann, wohin die Reise geht. Das war vorhin auch, ich glaube, unter zwei Dollar gewesen. Und jetzt ist es wieder ein bisschen höher, war auch mal bei vier Dollar. Und das ist wie Roulette spielen, ja, definitiv. Da ist nichts anderes. Da war jetzt nur noch zocken und dafür ist der Kanal nicht da. So, jetzt gucken wir uns mal, was im Laufe des Tages noch an Neues passiert ist. Das ist übrigens unser Discord. Wir haben einen Artikel, ja, und das, ich meine, wie sagt man, das ist ein Aasfresser oder sowas. Ja, wenn alles zu brach liegt oder gestorben ist, dann kommen natürlich die ganze Arztfresser, ja. Und was haben wir hier? Wir haben hier einen schönen nachgeforschten Artikel angeblich von irgendwelchen Leuten, die haben herausgefunden, dass angeblich Doquan hinter einen anderen gescheiterten Stablecoin auch gesteckt hat, ja. Ich meine, was bringen uns solche Artikel, ja. Hätten die sowas vor drei Monaten oder sechs Monaten vielleicht veröffentlicht, die Ergebnisse wären der gleichen gewesen. Aber, ja gut, damals ging das halt hoch, hat keiner drauf geachtet. Und das Gleiche ist nämlich, habe ich es mir auch aufgefallen, bei diesem Fiasko von, wie heißt es, Crystal Whale, ja. Ja. Genau, DeFi Kingdom, ne. So hieß das Spiel. Und da ist auch Fiasko und da haben die Leute plötzlich nach, keine Ahnung, halbes Jahr gemerkt, oh, da steht im Handbuch irgendeine Adresse drin, die gibt es gar nicht, ja. Ja, und haben dann nachgefragt, die haben gesagt, ah, gut, das ist eine Adresse von irgendeinem Bekannten oder sowas. Ich meine, daran sieht man, ja, wie viele Leute in einem Projekt beteiligt oder involviert sein können, ohne dass auch irgendjemand sich die Mühe gibt, da im Hintergrund zu forschen, ja, bis natürlich etwas passiert, ja. Und das gibt mir auch natürlich den Einsporn, zukünftig noch mehr, ja, bei den sämtlichen Projekten, über die ich rede, besser nachzuforschen, ja, für euch, für mich selbst auch, bevor ich irgendwo hinein investiere. Ich meine, auf sowas wäre ich wahrscheinlich trotzdem nicht gekommen, ja, aber hätte ich vielleicht, ja, dieses, äh, naja, gut, kann man nicht mal meinen, ja, man kann, hätte, wäre, Fahrradkette, wie der Spruch ist. Ja. Das ist übrigens der Twitter, ne, wo ich gesagt habe, ich, sagen wir mal, es gibt zwei Unterschiede, einmal, die gefällt mir, da sind praktisch Artikel drin oder praktisch für mich selbst Lesezeichen, die ich setze und Tweets sind praktisch auch die, wo ich auch dahinter stehe, hinter der Meinung oder hinter den Fakten oder hinter den Nachforschungen, zumindest, dass ich, dass ich sagen kann, okay, das, ne, stimmt etwa mit dem überein, was ich mir so vorstelle oder was ich denke, was sein könnte, ja. Können, können wir gerne folgen und, äh, ja. Es gibt einmal, zum Beispiel, ne, das habe ich heute im Laufe des Tages getwittert von Lido. Lido ist natürlich eines der größten Liquid Staking-Lösungen, die haben gesagt, hey, ne, seht zu, dass ihr euer Bees, die noch auf Terra liegen, die sind natürlich relativ sicher, ja, dass ihr die runtergeholt dort, weil jetzt, wo Terra von der Marktkapitalisierung so klein ist, ne, bei zwei Dollar, ist es natürlich sehr günstig für, sag ich mal, Malicious, also schlechte Aktoren oder Mitspieler im Markt, das ganze Netz zu beeinflussen, zum Halten zu bringen oder was auch immer, also dieser 51% Angriff. Und, äh, ja, sollte man definitiv machen, habe ich natürlich heute Morgen auch schon gemacht, bevor die es gepostet haben. Und, äh, wir haben, äh, von Do Kwan, der hat, ne, sozusagen auch sein, sein, ja, sag ich mal, Resignation letztendlich bekannt gegeben, äh, der hat ja gestern, das habe ich darüber auch im letzten Video noch gesprochen, dass es vielleicht einen Rettungsschirm gibt, ja, von den großen Investoren, weil immerhin, ne, über Nacht, ähm, Terra auch mal geschafft hat, oder gestern Abend wieder auf 90 Cent zu kommen, da war ich noch relativ zuversichtlich, dass die das hinkriegen könnten, aber so wie es aussieht, sind wohl alle abgesprungen, ja, so schnell wie das ganze Ding runtergestürzt ist, weil, ne, das wäre total schwachsinnig, als Großinvestor in so ein scheiternden Projekt, was gerade am Beschleunigen ist, nach unten, sich hinein zu investieren. Deswegen hat er jetzt hier auch nichts mehr gesagt zum Rettungsplan und, oder Rettungsschirm, sondern nur, dass die weiter dran arbeiten werden, an dem Ökosystem, und, ähm, dass diese Stablecoin UST in Richtung, äh, kollateralisierter Stablecoin, also wie DAI, Frags, MIM und so weiter, ja, sich bewegen wird, also nicht mehr komplett Algo-Stablecoin, sondern tatsächlich kollateralisiert. Dann wäre es eben nur ein sekundäres Produkt zu allen anderen, ja, weil die anderen sind schon groß, das muss ich erst beweisen und ihr wisst, ne, das höchste Gut in Krypto ist eben Vertrauen, ja, und Terra, UST, Luna, das hat eben mit diesem Fiasko jetzt das Vertrauen praktisch alle Anleger verspielt und ich denke, selbst wenn die da dran arbeiten würden, ja, würden die da nicht mehr viel rausholen können, was ich denke, wie es weiter gehen würde oder könnte, ne, ich meine, die Innovation, die Entwicklung, die da jetzt stattgefunden haben für diese ganzen Projekte, die sind ja da, ja, diese Skripte, diese Codes und so weiter, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese unterschiedlichen Projekte, die natürlich auch schon hinein investiert haben und jetzt kein Geld mehr rausholen können, dass die teilweise wo anderen Projekte aufgekauft oder aufgenommen werden, ja, mit ihren Codebase und so weiter und, ja, die Innovation, die ist da und, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass aus dieser Asche jetzt noch einen neuen Phönix hervorgeht, was sein könnte, wäre natürlich, ne, das ist eine andere Layer 1, die noch klein ist, die ähnlich ist oder, ne, zumindest auf dem, ne, ihr wisst ja, Terra ist ja aus diesem Cosmos-Ecosystem entstanden, Tendermint und, äh, das ist nicht schwer, ja, aus so einem praktisch vorgefertigten Blockchain-System ein neues herauszustampfen, vielleicht drei, sechs Monate, kriegt, kriegt man mit einem guten Team definitiv hin und, dass man dann praktisch da drauf ähnlich, ne, mit der ähnlichen Konstruktion wie Terra ein neues System aufbaut, ja, das wäre alles, könnte ich mir alles vorstellen und, aber, ja, das System selbst, Terra, Luna mit all den guten Projekten, ne, auch, sondern das Astro Wars mit den anderen Projekten dazu, die, denke ich, ist meiner Meinung nach alles vorbei, ja, und wenn ihr noch da drin seid, was macht ihr, also ich würde empfehlen, wartet, bis der Markt sich ein bisschen beruhigt, ja, denn, wenn der Markt sich schnell bewegt, kommt ihr da nicht raus, ja, dann könnt ihr nur mit extrem hohen Verlusten rauskommen, ich würde jetzt einfach abwarten, bis sich die Bewegung auf dem Markt ein bisschen, ne, zurückgeht, sowohl bei Bitcoin, Ethereum, als auch bei Luna selbst, ja, ob das bei 2 Dollar, 3 oder 5 oder 1 Dollar ist, dass man immerhin, ne, seine Transaktion normal durchkriegt, und dann werde ich, ähm, sehen, dazu sehen, dass ich meine letzten Position, die noch auf Luna ist, ja, diese Astro Port Position hier auch auflöse, ja, auch wenn es nur 500 Dollar ist, ist es besser als nichts, da muss man einfach den, ne, den Verlust hinnehmen, aber, ja, das ist so meine Planung für die nächsten Tage, und, ja, ich fühle mit euch, alle, die etwas verloren haben, ja, und, ähm, lasst euch eine Lehre sein, also, das ist auch für mich eine Lehre, ja, ich habe zwar in der Vergangenheit auch schon 3, 4 Rugs, und Fehler, Codefehler und sowas durchgemacht, und teilweise auch, ne, im hohen Tausenderbereich was verloren jeweils, aber immerhin, ne, vieles dazu, davon zurückverdienen, auch bei Terra, immerhin, ne, nicht den kompletten Startkapital verloren, aber, ja, das ist ein großer Brocken gewesen, der auch weh tut, denke ich für eine ganze Weile noch, aber, naja, ne, man hat was daraus gelernt, und, ähm, so soll es sein, ja, das ist Krypto, das ist die Selbstverantwortung, die wir im Krypto tragen, ja, dafür, dass niemand für uns sagen kann, oder entscheiden kann, was wir mit den Sachen anfangen. Das war's von mir, aus dem Krypto Café, als, äh, mehr oder weniger letztes Schlusswort für Terra Luna, ich wünsche euch alles Gute, ja, ich werde definitiv für euch dranbleiben, mit Krypto, mit E-Rod Farming, mit allem drumheran, und, äh, bis zum nächsten Mal, mein Name ist Di, tschau tschau tschau, tschau!